Hallo Narzisstengeschädigte, ihr habt euch also zum Ausstieg entschlossen. Viele YouTube-Kanäle, die sich mit dem Thema beschäftigen, bieten zwar eine exzellente Herleitung des Phänomenen des Narzissmus und sie plädieren auch alle für Ausstieg und No-Contact, doch man findet nicht die handwerklichen Mittel, um den Ausstieg zu bewältigen. In diesem Video möchte ich euch meinen Weg zeigen, wo ich Wert darauf lege, dass es nicht über Hass, Zorn und Enttäuschung geht, sondern um Transformation dieser von euch einseitig entgegengebrachten Liege. Ich zeige euch insgesamt fünf essentielle Methoden, die es euch ermöglichen, euren Narzissen in Liebe gehen zu lassen und für die, die zur Hälfte meines Videos wegklicken, die möchte ich doch zumindest bitten, den letzten Teil Energiekörper sich anzuschauen, denn ich erachte das als revolutionär. Ich wende hier eine revolutionäre Methode von Bodo Delec an, der davon ausgeht, dass es neben dem Physischen auch einen Mentalkörper gibt. Doch lasst uns mit den Basics beginnen. Sport wegen der Resilienz. Der Schmerz, einen geliebten Menschen verloren zu haben, beziehungsweise ihn gehen lassen zu müssen, ist im wahrsten Sinne des Wortes niederschmetternd. Aber gerade jetzt ist Aktivität absolut essentiell, denn ein vitaler Körper stellt der Psyche mehr Reserven zur Abwehr, zur psychischen Abwehr zur Verfügung. Man spricht von Resilienz. Ihr könnt das googeln. Als nächstes empfehle ich euch lustige YouTube-Videos. Also ich schaue mir in solchen Situationen immer den Gerhard Polt an oder den Ossi mit dem komischen Pullover. Ich hänge ein paar, den Schubert, den Olaf Schubert, ich hänge ein paar in die Playlist dran zu diesem Video. Denn dort, wo gelacht wird, ist keine Trauer möglich. Hört Musik und ich empfehle den Blues. B.B. King zum Beispiel singt in einigen seiner Lieder wohl von narzisstischen Geliebten. Also in meiner Playlist hänge ich The Thrill Has Gone und You Gonna Miss Me When I'm Dead and Gone. Viertens, auf YouTube findet ihr schamanische Musik, Trommel, Trommeln eigentlich und Solveggio-Frequenzen unter dem Suchbegriff DNA Repair. Die schamanische Musik versetzt euch in einen leichten Trance-Zustand, bringt euch in höhere Ebenen mit gutem Bessenhören und DNA Repair, Solveggio-Frequenzen haben auf den jetzt anzusprechenden Energiekörper oder beziehungsweise Mentalkörper eine sehr positive, heilende Wirkung. Jetzt kommen wir zu dem Energiekörper. Bodo Delec unterstellt und das ist in Übereinstimmung mit den spirituellen Meistern der vergangenen Zeiten, dass wir eben nicht nur einen Körper haben, sondern auch einen Energie- oder Mentalkörper. Auch seine Videos verlinke ich in dieser Playlist und Bodo Delec unterstellt, dass Gefühle wie Liebe, aber auch Gedanken und Wertvorstellungen in der Tat in diesem Energiekörper ihren Platz einnehmen, physisch. Und da, denke ich, liegt auch das Problem, warum wir so einen geliebten Menschen so schwer loslassen können. Er ist in der Tat in uns drin. Viele sagen auch, die Informationen sind sogar in der DNA verwoben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt für manche von euch zu abgehoben ist. Auch ich selbst leiste hier Pionierarbeit. Aber ich kann euch nur sagen, es geht mir gut. Einer Woche nach dem Crash, einer Woche nachdem ich diesen geliebten Menschen diskarten musste, ihn gehen lassen musste, ihm sagen musste, dass es so nicht weitergeht, geht es mir gut. Ihr hört es an meiner Stimme. Und wenn ich in den Foren zum Teil lese, wie Menschen ein Jahr sich quälen, dann finde ich, es wäre mal wert, sich das hier anzuschauen. Im nun folgenden Video einer Animation versuche ich darzustellen, wie neben dem physischen Körper Weiß eben dieser Energiekörper besteht. Dieser Energiekörper ist größer wie der physische Körper, hier in rosa gezeigt. Er geht ca. 40 cm über die Körperaußenfläche hinaus. Bodo Delitz empfiehlt nun, diese Verortung eures Gefühles für diesen Menschen zu lokalisieren. Der nächste Schritt der Übung ist, diesen hier braun dargestellten Kugel, die stellt das Gefühl dar, zu lokalisieren, in die Mitte die neutrale Zone zu bringen und dann unter Umständen sogar nach oben zu schieben. Dadurch ändert sich nach Bodo Delitz die Toxizität, die Boshaftigkeit der Gedanken, die mit diesem Gefühl einhergehen. Das Gefühl ist in der Tat, wenn es intensive Gefühle sind, emotionale Gefühle, dann sind sie nicht nur in diesem Mentalkörper, sondern nach Bodo Delitz sogar im physischen Körper. Und durch dieses nach oben nehmen wandelt sich das energetische Spektrum der Gedanken an diesen Menschen. Das heißt, dass all das, was ich in manchen anderen Foren beobachtet habe, diese Wut und dieser Zorn auf das, was der Narzisst euch angetan hat, transformiert werden. Also ich kann nur sagen, bei mir funktioniert es. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich auch in vergangener Zeit nie Wut oder Zorn auf meinen damals On-Off-Partnerin empfunden habe, resultieren aus einer sehr tiefen Liebe und einem Verständnis für ihre Situation. Also, ihr seht, ich plädiere hier für einen sanfteren, Zorn- und Hassfreieren Umgang mit dem narzisstischen Ex-Partner. Das geht alles ins Karma. Ihr häuft nur Karma auf, meines Erachtens. Richtig damit umgegangen, kann die Begegnung mit eurem Narzissten zu einer Explosion des in euch schlummernden Potenzials führen. Also, versucht euch an den Übungen, informiert euch aber auch bei Bodo Delitz direkt. Das hier sollte nur Appetit machen und natürlich übernehme ich keine Garantien. Alles, was mit bewusstseinsverändernden Techniken zu tun hat, kann auch Nebenwirkungen haben. Das muss ich ganz klar sagen. Vom autogenen Training zum Beispiel kennt man sehr unschöne Nebenwirkungen wie Herzrasen und sonst was, wie sie auch vom Assistenten von Schulz beobachtet wurden. Also, rechtzeitig aufhören oder mailet euch bei der Bodo Delitz Akademie an, wo ihr einen Trainingspartner bekommt. Und damit hoffe ich zum Schluss, dass dieses Video dazu beigetragen hat, den Nebel, diesen Bewusstseinszustand, in dem ihr euch vermutlich zur Zeit befindet, ein wenig zu lichten. Ich möchte nicht sagen, dass es für mich zum Spaziergang geworden ist, ja, aber mit den hier gezeigten Techniken kann ich sagen, dass ich nach einer Woche mich schon wieder fast so fühle, wie mit meinem alten Leben und dass ich mit Liebe auf diesen Menschen zurückschauen kann. Im Nebel sehen die Dinge leider oft anders aus, wie sie wirklich sind. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020